Die zu veräußernde neue 4-1-Halb-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung befindet sich in Münster. 2019 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Objekt ist barrierefrei zugänglich. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über eine Dachterrasse, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Das Objekt ist luxuriös ausgestattet. Die Wohnfläche der Dachgeschoss-Wohnung liegt bei ca. 138 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 585.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017